Durch Einbettung von Tableau können Sie in Ihren Anwendungen die Power unserer branchenführenden Self-Service Analytics nutzen und so Kundenakzeptanz und Zufriedenheit erhöhen. Erstellen Sie Dashboards in wenigen Stunden. Sie sparen damit Zeit sowie Ressourcen und können sich auf das Wesentliche konzentrieren. Tableau bietet Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten für die Einbettung von Analytics in bestehende Produkte und lässt sich in jede vorhandene Technologie integrieren. Dazu gehört eine flexible Single-Sign-On-Lösung, die problemlos mit dem Authentifizierungssystem Ihres Unternehmens verknüpft werden kann. Sie können die Lösung mithilfe einfacher HTTP-Anforderungen aber auch in andere Authentifizierungstechnologien einbinden. Erstellen und gestalten Sie mithilfe der JavaScript API ein reibungsloses Zusammenspiel zwischen Anwendung und Analytics. Durch programmgesteuerte Konfiguration der Interaktionen können Sie das Erscheinungsbild der Dashboards und Datenvisualisierungen flexibel Ihrer Produkt-UI anpassen. Sie können zum Beispiel benutzerdefinierte Interaktionen erstellen zur Anpassung von Parametern, Filtern und Bedienung und eine Zwei-Wege-Kommunikation mit anderen Systemen aktivieren. API-Aufrufe lassen sich prinzipiell unbegrenzt kombinieren. Sie können Benutzer und Inhalte in großem Umfang verwalten, programmgesteuert mit der REST API. Erstellen und synchronisieren Sie Benutzer, Berechtigungen, Arbeitsmatten und Datenquellen. Dank Sicherheit auf Zeilenebene und Benutzerfiltern können Sie Dashboards einmal erstellen, die dann für jeden Benutzer gefilterte Daten laden. Auf diese Weise werden die Daten getrennt, sodass die richtigen Personen die richtigen Informationen erhalten. Tableau ist Ihrem Erfolg verpflichtet. Deshalb bieten wir eine Vielzahl von Open-Source-Ressourcen wie Beispielcode, Python-Pakete, Widgets sowie eine Vorlage für mobile Anwendungen. Und nicht zu vergessen, die engagierteste Daten-Community der Welt sowie einen erstklassigen Tableau-Support, um Sie bei der Entwicklung und Bereitstellung von Embedded Analytics für Ihre Anwendungen zu unterstützen. Bereit loszulegen?